Lieblingsspiel von Astrogon und Kena. Ich habe sehr gerne oder spiele es immer noch super gerne den Police Simulator, Petrol Officers. Mein Lieblingsspiel von Astrogon ist natürlich der Construction Simulator. Mein Lieblingsspiel ist auch Police Simulator. Ich habe zum Beispiel Donny kreiert, das ist so mein kleines Baby. Da gibt es auf jeden Fall verschiedene, aber ich glaube einfach so über die Länge der Zeit und was wir mit der Marke gemacht haben, ist das Construction Simulator. Wir machen geile Baustellen mit fetten Fahrzeugen und dann gräbt man da coole Löcher in den Boden, hat viel Spaß. Vor allem mit Leuten zusammen kann man spielen, aber man kann es halt auch super alleine spielen. Ich wirke vielleicht nicht wie die Zielgruppe für den Construction Simulator, aber einfach so entspannt so ein bisschen was bauen oder sowas. Das ist halt auch cool. Mich stolz. Hier ist es halt auch cool.